Moin, ich heiße André Röckmann, bin 43, glücklich verhärtet und Vater von zwei tollen Jungs. Seit 31 Jahren lebe ich in Resthausen und bin aktiver Teil einer großartigen Dorf- und Vereinsgemeinschaft. Deren Erhalt und die Zukunft der Gemeinde Molbergen sind mir wichtig. Dir auch? Dann unterstütze mich am 12. September mit deiner Stimme, damit ich im Gemeinderat für unsere Interessen eintreten kann. Vielen Dank! Vielen Dank!